so leute jetzt zu dem samsung aus früher. ich hatte es schon erahnt es ist eine passiv Membran nein ich habe den Hochtonner zerstört mein gott passiert ich war eh nicht scharf drauf im übrigen das gehäuse ist überhaupt nicht gedämmt komplett Kunststoff hier haben wir die Kreuzschrauben und es stinkt nach billigstem china plastik das gehäuse oder vielleicht auch der lautsteine ich weiß es nicht also beim besten willen ich kann mir nicht vorstellen dass das echtes karbon sein soll ne das ist kein karbon das ist billiger kunststoff in karbonoptik also alleine von der optik her sieht es wie echtes karbon aus aber wenn man es dann hier hört billiges plastik so leute tschüss bis zum nächsten video